Lerne erfolgreich Kopfschmerzen zu behandeln. Kopfschmerz wie Migräne, Spannungskopfschmerz oder Cervicogener Kopfschmerz, der von der Halswirbelsäule ausgeht, sind die häufigsten chronischen Kopfschmerzen, unter denen die Betroffenen leiden. Mit Kombinationen aus Osteopathie und manueller Therapie, Akupressur und Reflexzonenbehandlung lassen sich chronische Kopfschmerzen oft maßgeblich lindern. Die Ursachen und Wirkungen von Kopfschmerzen sind komplex und individuell meist sehr verschieden. Eine erfolgreiche Behandlung von chronischen Kopfschmerzen sollte sich nie auf die Behandlung des Kopfes und des Nackens beschränken. Der ganze Körper sollte strukturiert durch vielfältige Reizsetzungen in Balance gebracht werden. Wie das am besten geht, kannst du in meinen Weiterbildungen, Behandlungsstrategien gegen chronische Kopfschmerzen lernen. Meine nächsten Kurse sind am 26. August, 26. bis 27. August, also zwei Tage bei dem Schweizer Träger Bodyfeed in Rapperswil und am 9. bis 10. September im Physiozentrum für Weiterbildung in Wien. Für Fragen stehe ich dir gern zur Verfügung. Viel zu diesem Thema findest du natürlich in ausführlichen Tutorials auch auf meinem YouTube-Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für die Aufmerksamkeit.